Berlin, Tag und Nacht, Vorschau Bruno ist mit den Nerven am Ende Joe ist irritiert, als er merkt, dass sich Bruno immer noch gekränkt und in den Schatten gestellt fühlt, seitdem Joe Jonas und die Kids heldenhaft vor ihrem Endführer Momo gerettet hat. Aufmunternd macht Joe seinem Bruder klar, dass er sich auf keinen Fall zwischen Jonas und ihn stellen will. Er ermutigt Bruno brüderlich, bei Jonas weiter am Ball zu bleiben. Joe und Bruno versöhnen sich Die beiden können sich letztendlich versöhnen. Trotzdem bleibt Joe nachdenklich zurück und hofft, dass Bruno wirklich irgendwann die ersehnte enge Vater-Sohn-Beziehung zu Jonas aufbauen kann. Im Moment scheint eine solche Entwicklung aber noch in weiter Ferne zu sein. Wenn jemand da Angst vor ihm gelungen hat, ist, dass er sein Name kann. Wenn jemand das Gefühl hat, dass er sich durch deine große Eder hat zu sein." I will mal auf ihn, aber erst mal anfangen. Ich habe jetzt die ganze Eder. Ich sagte, dass er immer noch lange an der Herbst der Erachtung bei одного tror, Sobald den Erachter noch meinen, was er hat einen Dinger. Was er sagt, wenn er das Erachter der Erachter der Erachter der Regen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020